Einen rationellen Bauablauf gewährleisten die vorgefertigten Poroton-Stützendämmschalen mit integrierter Wärmedämmung als Stütze in einer Außenwand oder für den Eckbereich. Die SDS wird zusammen mit dem angrenzenden Mauerwerk aufgemauert. In der ersten Schicht mit Dünnbettmörkel zur Hälfte, d.h. in einer Ziegelhöhe bestrichen, wird sie über die Bewährung in die Ausgleichsschicht aus frischem Mörkel gesetzt. Beim Aufmauern der jeweils zweiten Ziegelreihe werden die angrenzenden Ziegel mit Dünnbettmörkel versehen an die Stoßfuge der SDS angelegt. Stoßfuge an Stoßfuge folgen alle weiteren Ziegel in das Dünnbettmörkelbett. Für die Anbindung an Mauerwerk aus zwei Ziegelreihen wird die Seitenfläche der SDS vollständig mit Dünnbettmörkel versehen und über die Bewährung in die Ausgleichsschicht gesetzt. Ein mit Dünnbettmörkel bestrichener Halbstein sorgt in der folgenden Ziegelreihe für das richtige Überbindemaß. Mit dem V-Plus-System wird eine gedeckelte Lagerfuge erstellt. Vor dem Aufmauern der dritten Ziegelreihe werden je zwei mit Mörkel bestrichene Flachstahlanker in das frische Mörkelbett gelegt und zur besseren Haftung komplett mit Dünnbettmörkel bestrichen. Zum Aufsetzen der nächsten SDS wird auf alle Ziegelauflageflächen Dünnbettmörkel aufgebracht und die SDS über die Bewährung aufgesetzt. Anschließend werden die nächsten Ziegelreihen Stein für Stein zügig aufgemauert. Sobald Geschosshoch aufgemauert wurde, wird mit Füllbeton der Konsistenzklasse größer gleich 4 ausbetoniert.